Ich habe mich hier gerade schon in der Halle gesehen. In der Regel im Fußball, die beherrschen die, glaube ich, sehr gut. Irgendwie immer ein Fuß dazwischen. Die Direktors versuchen jetzt höher anzuschieben. Mit vier Mann, tief im Vorgarten von Gönnergy, attackieren die. Und das gibt natürlich Raum zum Kontern. Mit der 17 übrigens Emin Can Tekin, ein Wildcarder am Start von den Käfigklägern. Und Maxi Beister, das dürfte die erneute Führung sein für Gönnergy. Früher in der ersten Liga in der Türkei gespielt. Jetzt erzieht er die Führung für Gönnergy. Von den Käfigklägern. Es sieht gut aus, Stand jetzt, aber wir haben noch 14 Minuten. Eine Halbzeit, 15 Minuten immer. Krasnitschi, sehr hübsch. Laufen gut hoch an. Hinten ein solider Aufbau über Krasnitschi. Super-Wildcard-Spieler. Krasnitschi hat das Spiel. In Sachen Tabelle könnten beide drei Punkte gut gebrauchen. Krasnitschi, Krasnitschi, vielleicht hat er auch chancen. Zweite Bude, Liridol Krasnitschi. Mit dem 6 zu 0. Überragende Vorarbeit. Toll gemacht von Marcel Ebeling. Und Krasnitschi mit dem zweiten Treffer. Das gibt's nicht. Krasnitschi, hübsch gegen zwei. Krasnitschi! Das ist überragend! Und er baut sich vor Monte und Sascha. Wie Phönix aus der Asche. Krasnitschi schickt einen Limo holen. Den zweiten in die Schule. Und dann den Goalie auch noch auf die Rutsche. Und dann in den Winkel. Für mich ist das okay. Man war taktisch so ein bisschen besser.